Sehr robust, liebe Freunde der Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hunt Showdown! Auch wieder, wie so oft, eigentlich in den letzten zehn Folgen schon, aus einem Twitch-Stream. Und damit geht's los! So, probieren wir's mal nochmal mit dem Sniper, ja? Natürlich brennt's! Natürlich! Das war jetzt, glaub ich, das erste Mal jetzt, der Hunde. Also von dem her 25%, komm schon, Vorsicht, Hunde! Immer noch einer? Nee. Nö. Ah, lock den mal weg. Wenn er mich sieht. Na komm! Mich lockt er weg. Jetzt kannst's machen. Okay, dann, dann halt so. Ich bin Clou, sehr gut. So. Wir sind nicht ins... Fort. Aha. Im Fort wird geschossen. Klingt nicht auf uns, ne? Nee, aber im Fort ist geschossen worden. Aha. Nee. Doch. Das war doch südlich. Doch, das ist so... Ja, das ist so... Rechts neben dem Fort. Vielleicht sieht man da ja was. Ah ne, bei der Feuer sieht man ja wieder nichts. Da, da ist einer! Oh, getroffen! Einmal. Ich hab nicht getroffen, mal wieder. Wer ist reingelaufen? Ja, gehen wir in die Eisenhütte, oder? Die wissen ja jetzt, dass wir kommen. Oh, hier sind Dynamitbindel, haha. Und du kannst doch einfach da bleiben. Dann hole ich den nächsten Hinweis. Ich verstehe ja nicht, wie das kein Headshot war. Ich konnte eigentlich nur den Kopf sehen. Ja, ich hab... Ich hab daneben geschossen, tatsächlich. Hast du grad geschossen? Nein. Kling das auf mich? Das klang aber nach Long irgendwo. Let's go. Oh, das ging auf mich. Das war aber ne Winnie. Uiuiuiui. Nee, da schießen mehrere. Ja, ja, da schießen zwei auf mich. Ach, dich! Achso, ich hätte eher gedacht, dass die... Na, na, das geht schon auf mich. Achso, nee. Was hat die denn? Da ist ne... Da ist ne... Also, nee, hier ist so ne Ding geschmissen worden. Eine... Aber wie heißt die denn? Das ist dann mir vorbeigeflogen, das geht schon auf mich. Aber hier, ne Krachbumbum. Andererseits hört man die nicht mehr. Ja, aber es ist ja was mir vorbeigeflogen. Das stimmt. Aber dann ist da wohl noch ein Team. Dann... Mach dich mal weg. Was ist denn das für ein Untergrund hier? Warum backe ich da die ganze Zeit rum? Das ging jetzt aber nicht auf mich. Mhm. Da muss schon noch ein Team sein. Also ich schätze mal, die waren da oben, aber jetzt... Jetzt seh ich nichts mehr. Auf dem Dach oben seh ich nichts. Obwohl, die müssen Scope haben, sonst hätten die nicht auf mich geschossen. Mhm. Auch nicht auf mich. Boah, ich seh da nix. Nein. Aber das ja... Was packt denn das da rum? Was soll denn das? Wie, was meinst du? Der geht dauernd irgendwie nach unten, während ich mich seitlich bewege. Als wäre da ne Stufe, aber ich hab hier ne ebene Fläche. Hm. Komisch. Ah, ne Ahnung. Ja, schon. Ich seh da gar nichts. Du kannst dich frei oben auf das Dach drauf stellen von hinten. Da siehst du mehr. Ja, ich weiß, aber... Ich geh einfach zum nächsten Hinweis, würd ich sagen. Eisenhütte, ja. Im Eisenhütte. Da, wo die herkamen. Ja, du kannst ja da bleiben, wenn du willst. Ja, und dann geh ich wieder drauf. Weiß ich doch. Ach. Ne. Ja gut, dann. Aber vorsichtig, weil die wissen ja, dass ich hier irgendwo bin. Ging das auf dich? Nein. Sicher? Ging ziemlich, ja. Okay, aber es ging auch nicht direkt auf mich. Ne, da ist doch ein zweites Team. Oh, da ist ja ein Team schlecht geschossen. Da ist so ein zweites Team noch. Was ich noch weiß. Gut, dann geh ich mal zum Schlechter. Ich hätt nen großes Dermitbindel. Ich hab nen Mittel raus. Aber ich kann den gut wegfächern. Mit meiner Giftmunition. Ich vermien mal ein bisschen. Jo, mach das. So, der ist sauer. Oh, da unten. Da vermien ich auch. Oh. Hinweis schreit. Bei mir. Was? Aus der Richtung kommt jemand. Aus Nordosten. Geh ich mal hier hin. Hier unten unter mir. Was? Geh mal noch klar. Ah. Oh, da hinten. Vorsicht, ich hab ein rotes Fass hier unten für mich. Und. Ah. Das hat jemand entschärft. Oh, ey. Mann, ich bin wieder mal total dämlich. Oh, ich kill mich gleich selber. Habe ihn gesehen, aber ich hab mal wieder daneben geschmissen. Hier ist hier unten. Oben. Oh, ey. Was'n Scheiß, ey. Hab einen. Oh. Oh, ich bin tot. Ist mir nicht tot. Ist mir nicht tot? Ah, der andere. Der muss dahinter gewesen sein. Hm. Der war hier. Ja. Ne. Quatsch. Sorry. Der? Rechts. Ja. Wo? Ja. Jetzt hab ich verzogen. Gäh. Kannst oben was reinschmeißen. Das Fette. Der lebt schon wieder. Oh. Was ich hier nicht getroffen habe. Hm. Was lieber. Ja. 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 Irgendwas hat er geredet. Ja. Ist mein... mein Gift rein. Kurz. Du bist Schleichkatze. Du kannst lautlos hochklettern. Ja. Ich weiß nicht, wo ich da hinkomme dann. Oh. 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 Ey. Drecksblutungsmunition. Oh. Links rein. Ab. Mann. Ist zwar einer, oder? Nur einer, ja. Hier rechts rum. Äh. Ja. Oder. Ja. Der ist da irgendwo. Wo ist denn die Leiche? Das war zwar da ungefähr. Ah. Ah. Genau. Da liegt sie. Ja. Ah. Da ist er. Genau. Er hat ihn wieder gehoben, oder? Lass auf, dass er nicht necromanzt. Lied ich mal hin und warte, bis der den wiederbeleben will. Ja. Ja, schieß aufs Bein. Wie gut. Der andere lebt wieder. Ja, da. Ja. Der muss fast tot sein. Wie gut. Oh. Oh, Sam. Oh. Die ist raus. Ich hoffe, kein Fass rein. Sind gleich raus. So. Vorsicht, dass die, dass die keine Falle gelegt haben. Und ich nehm jetzt erstmal die Hand drunter mit. Gut. Der Grunt hat ihn gekillt. Ne. Ich. Hast du? Okay. War mir nicht ganz sicher. Boah ey, wie scheiße, dass wir da rumgelaufen sind. Das ist echt unglaublich. Unglaublich. Was ein Arschloch, der Typ. Das war auch mehr Glück als Verstand. Ist das der ein Arschloch? Ja, einfach so. Grundsätzlich. Hat er nix angestellt? Hm? Hat er nix angestellt? Nö, aber trotzdem. Einfach als Prinzip. Weil das hat... Weil diese Wut muss mal ra... diese Wut muss mal raus, dass man endlich mal wieder was schafft. So, dann geh ich mal wieder hoch und reballer den scheiß Schlechter. Boah, da ist, da ist. Dankeschön. Hat für dich das super gemacht. Aber mich wundert es, dass ich es ernsthaft geschafft habe, nur den Fuß zu treffen und ihn zu killen. Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Was war denn da los? Der hat... Ja, gut, der hat einmal einen Schaden von dem Grunt bekommen. Weiß. Aber... Lass ich ihn durch den Fuß... Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist 0,7... Ach nee, Quatsch. Warte mal. Ist das 0,6 oder 0,4? Hier. Bin mir grad nicht ganz offen. Also es ist weiß. Ja. Ja. Ja, sage mal. Uhuhu. Dann eben gehauen. Oh, ja, genau. Hat die Sau mir nur angezündet, echt. Weißt, ich hör, dass der die Falle hier unten entschärft. Ja. Ziel auf den Kopf. Und hoff nicht. Ist normal. Weil irgendwie in dem Moment ähm... Holz dazwischen war. Unglaublich. Dann schmeiß ich das wieder mit. Die Flugbahn ist weiß. Dann schmeiß ich es gegen die Wand. Ist ja auch typisch. Ja. Ich frag mir ja, was der gesagt hat, als er geredet hat. Ja. Der war zu weit weg, dass du ihn hören musst. Aber der hat irgendwas von wegen Twitch-Kanal geschrieben. Oder der heißt so. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das stand auf jeden Fall da. Mit Twitch. Genau. Dann heißt der vielleicht so. Vielleicht soll man den... Oh, jetzt bin ich erschrocken. Bin ich jetzt erschrocken. Ist immer noch weiß. Ne, also... Arschlöcher waren es jetzt keine, aber das hat jetzt irgendwie mal raus müssen. So. Die darf... Oh, der ist kaputt. War noch weiß. Dann verbannt ich mal, oder? Jo. Das weiß ich bloß nicht, ob einer von den beiden... Könnt sogar sein, war das ein weißes Schwert mit... äh... Braune Haare und diesen leichten Vollbart. Genau hab ich das nicht. Mal schauen, weil dann war das der, den ich... der, den ich vor einem fortgesehen hab. Ah, okay. Ich mach hier mal zwei Fallen hin, ne? Nicht mehr hier oben in die Tür reinkommen. Toll. Kann ich nicht sehen, weil der Kopf ist versteckt. Ja, gell, das liegt im Matsch. Ne. Gemein. Also nicht hier reinkommen. Wo du da draus bist. Ja. Kein weiterer Besuch mehr, aber diese Einlage wollen wir nochmal zum Besten geben. Ja, aber jetzt, ich glaub, das Vermienen kannst du jetzt sparen. Nein! Ich will doch vermiedeln! Nein! Ist nicht gerade eine Tür aufgegangen? Ne, ist sauber. Dann gehen wir zum anderen Boss, oder? Äh... Nein! Und dann noch die Tür zumachen, weißt? Ist schon eine Dreckssau. Das warst du! Was? Du hast die Tür zugemacht. Eigentlich nicht. Oh, das ist ein Handballer. Ja, vielleicht warst du das. Ja, die hast du noch nicht genommen. Ich brauche jetzt wieder Heilung. Ah ja, okay. Wir könnten nach... Ich würd nach oben rausgehen. Ja. Würde ich auch. Nicht zum Fenster reingehen. Nicht zum Fenster reingehen. Leck mich am Arsch jetzt. Ich hab's doch vorher gesagt. Ja, genau in dem Moment, wo ich flieg. Also... Da hab ich bald alle Verbeerenfallen aufgemacht. Ein paar sind schon noch da. Ah, jetzt fick dich doch. So, was hast du eigentlich nicht vermied? Das ist so ein Arschloch, ey. Ganz ehrlich. Hallo, soll das denn jetzt als... Alter, ich... ich hatte nur noch 50 Leben. Die Kettenpistole hat Blutungsmunition. Ah ja. Aber die andere hat der auch. Ui... Keiner da. Oh, der scheint wirklich alleine rauszulaufen. Hallo? Ja, äh, selber schuld. Ich hab dich nicht getroffen. Ich ja auch nicht. Doch. Ich hab keinen Hinbocker gekriegt. Echt? Ja. Ok, wunderbar. Guck. Nein... 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 Ne, nein... Blau viel hierdu. Do... Ich fühl mich für die Öle... Jetzt hab ich mir das Ding weggebrennt. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ich fall mir ja ab wann gilt denn das, wieviel Zeit muss ein Vergehen zwischen den zwei Fallen, dass man nicht brennt, oder zwischen zwei Schlägen mit von Brandmunition, dass man nicht brennt. Das hab ich mich auch schon ein paar mal gefragt. Weil man findet dazu nichts. Also kein grafisches Element. Brandgefahr oder sowas. Es ist nicht so, dass man da kurz funkt, also ähm, sichtbar von außen? Das weiß ich nicht. So ein, zwei Sekunden oder so? Mhmmm, das wiesig nicht. Es gibt ja gar nicht so viele Waffen mit Brandmunition. Das würde man selber aber gar nicht sehen dann. Aber ich weiß nicht, wenn du richtig glänzt. Aber da hab ich noch nie was gesehen, aber ich werde auch selten mit Brandmunition getroffen, von dem her. Mhmmm. Oh, kotzt mich das schon wieder an, wie das da oben gelaufen ist. Eigentlich hast du ja gekillt. Ah ja, aber es war halt mein Fass, ne? Was? Ne, ne, mit, äh... Äh, wo du doch weggefächert hast. Ein... Da hatte ich der zweite gekillt. Ja, stimmt. Stimmt, dann war das dein Fass. Das Fass war ich. Das hab ich vorher gedacht. Ja, das wird zwar nichts passieren, aber ich leg's auch mal. Weil es ja die falsche Seite. Tja, und damit sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.